Die erste Runde die ich gespielt habe, Südpol ist gut. Die erste Runde die ich gespielt habe war Schneowoluten, Abwurfzone drüber, Zentrum vom Kreis. Ich habe im ganzen Containergebiet ein Crossbow gefunden und 34 Kleidungsstücke. Keine AR, kein Scope. 34 Kleidungsstücke. Alter man, ja mit mir hat man auch gerade das Problem mit Scopes. Ich habe einen Crossbow mit 5 Bolzen gefunden, im ganzen Containergebiet, aber 34 Kleidungsstücke. Das sind 5 Tote. Eng kommt aus Bayern, Leute. Aus Bayern. Nicht Bayern. Ist ein Unterschied, Mann. Ist ein Unterschied. Hier landet keiner, what? Was? Ja, die wissen, die wissen. Die wissen, die Legende ist hier. Die wissen es einfach. Drei sind Container, ansonsten ist ja hier gar nichts. Und Hospital-Gendale. Ach, das ist ja... Gott, ist das langweilig. Ach, direkt mal einen Karabiner gefunden, ja moin. Ja! Ja, schuh! Das ist meine Main-Waffe einfach nur. Ist jetzt auf Ost. Weide, 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 weide. Irgendjemand ist da groß. Irgendjemand war voll in meiner Schusslinie drin, Mann. Ich bin Obdruck, der war da ungewinn. Ich gehe auf den Kran hoch, mach sie von oben weg. Okay. Die fahren? Ach, scheiße, Mann. Die kriegen man immer, wenn sie wegfahren. Die gehen bestimmt 100 pro looten, die den compoundieren. 100 pro, das machen die alle, die ganzen Depps. Machen die einfach alle. Die ganzen Depps? Die ganzen Depps. So eine Schisser, die hauen ab, weißt du? Die hauen einfach ab. Oder... Oh, hier ist noch einer! Hier sind zwei! Vor mir zwei! Und? Einer hat einen Dreier-Helmet-Shot. In der Halle. Einer ist tot. Die kommen wieder zurück, glaube ich. Ja. Der andere hat dreieinhalb und neun Headshot. What? Ja, die kommen wieder zurück. Ja. 95, 95. 105. Jetzt weg, ich schmeiß einen 11! Oh! Die Halle hat geschossen. Und hinter uns sind es auch noch. Shit. Oh! Von woanders auch noch, ähm, von Norden. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Wo haben die Ohr-Kolken, die Schweine, Mann? Hahahaha! Gott nicht! Gott nicht! Klaus, hier. Bei mir. Bei mir, Klaus! Denne mal. Du geh' irgendwo bei mir, oder muss es sein? Mh, mh. Hunk, der ist direkt bei dir. Ja, der war direkt bei dir. Er ist jetzt irgendwo da. Irgendwo da wo hin muss er. Da ist er. Irgendwo da. Was? Er hat auf einem RANDOM A-Mate geworfen mit dir. Ausknockt! Er ist ausknockt! Ich muss mich schnell hirren! Hier kommt noch einer von hinten! Von hinten! Von hinten! Zwischen uns jetzt! Was ist vor hinten? In der Himmelsrichtung! Ja, von euch aus West! Von mir jetzt! Die Richtung Südosten! Der ist ganz hinten raus! Pst! Nice, der Heckmann, der kann mich holen und so, Mann! Der Karabiner gerade? Eing? Kann schon sein, dass das meine Gewinn ist, Mann! Die pusht in den Compound, zu der Markierung, blau! Einer pusht weiter hoch zum Nord-Ost, 60. Aber die müssen eh gleich rein, weil die Zone... Schuss auf mich! Schuss auf mich von da vorn! Ja. Ich höre es nicht sehen, aber nicht. Ja, Bäume sind im Weg. Ziemlich sicher einen Gitter zu haben, auf 60, 75. Am Stein, Nord-Ost! Naja, schon. Er hat einen Hit! Zwei Hits! Und am Baum, ähm, 55 ist auch noch, ne? Hit! Ach, jetzt ist doch genau der... Fuck you game, echt! Ohhhh! Oben läuft noch einer weg! Im Haus hat einen Headshot, 3er Helm! Auto! Hinten! Nein, nein! Flugzeug! Ah, das ist ein Flugzeug! Ach, nein, das ist alles vom Flugzeug! Hinten! Was?! Weiß es nicht komisch, weil es alle nur auf mich konzentrieren! Das ist so krank! Ja, auf mich schießen sie auch die ganze Zeit. So, jetzt brauche ich hingehen. Von ihnen gewinnen, wenn's geht. Okay. Okay. Hat er im Haus? Ist er noch? Zandage. Ja, kann ich schicken. Okay. Im Haus hat er, glaube ich, Hit! Wo ist denn da noch einer, Mann? Am Stein, äh, auf Nord-Ost. Naja. Damit in 2er Helm ist niemand ein Stein, oder? Hey, Sam. Es ist grünes Blut und ich habe das Fleisch rausgenommen, ja. Geh bis hier! Geh bis hier! Ich pusht die gerade durchs Wasser, Leute. Jetzt zeig die noch mal, Mann. Kim! Sind das jetzt Schüsse vom Hill oben? Schon, oder? Nein, nein, das sind Hits von drüben und so, Mann. 145, Mann. Ja, irgendwo von der Richtung. Ruine. Ich habe ihn gesehen, das war Ruine. Jetzt nicht noch eine zweite Front eröffnet, Leute. Das tun wir ja nicht, aber was sollen wir machen, wenn wir uns die anschießen, Leute? Was, wo schießt der? Oben um 95 von mir. Was ist das für ein ekelhafter Kampf? Ja, Mann, Leute. Leck mich doch, Leute. Ich geh jetzt da ins Wasser, Mann. Verteil ich euch, Leute. Das bringt halt nichts. Euch schießen von den Ruinen drüben, gell? Ja, von den Ruinen. Guck mal, dass was verrückt ist. Könnte sein, dass ich sterbe. Oder? Der ist immer noch am Stein, oder? Nein, die pushen hinten runter. Die pushen die Straße schon hinten runter. 120 von mir. Ja. Die sind jetzt ungefähr, die sind ungefähr hier bei Blau. Hey, Oida! Das ist so rum bei mir. Ich komme nicht rauf. Ich werde immer voll, ähm, huckelt so aus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich komme wieder rauf wie sonst, Mann. Keine Ahnung, was da los ist, Mann. Okay, einer ist noch vor mir, Kloß. Ich spüre schon. Ich spüre schon. Das heißt, er kommt auch viel vor mir und so, Mann und mich. Ach, hier kommen wir das schon weg. Hier ist auch noch was, am Kompon. Was für die Kloß? Ja. Da sind auch noch welche im Haustunnel. Einer. Einer ist an der Fuckboy hier. Bei Blau. An der Fuckboy bei Blau? Ja, da ist einer hingerannt. Ja, ja. Trust me, trust me. Einer ist irgendwo hier oben vor mir, einer im Kompon. Es sind drei Leute, die haben sich gut aufgeteilt. Hast du den im Kompon schon gesehen? Nee. Ich habe ihn nur gehört. Alter, die, 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 die haben an der, an der, an der, an der, an der Ding schauen auf mich, Mann. Okay. Weiß mal mit zu dir. Wo ist der eine im Haus? Oh, ich, aus dem Haus wurde gerade beschossen. Nein, ich habe aber nicht mehr. Deine ist 155. Es, ja, nichts. Er ist raus. Ist er raus? Oder wir müssen nicht auf die Seite gehen, vielleicht klappt der eine. 155 Todesloh. Oh, ist nach hinten weg. Moved nach hinten weg. Wohin? Sie ging gerade. Oben, fehlt. Nein, der bei uns. Wo nach hinten weg? Genau, ähm, Südosten. Ist am Baum. Und dahinter einer fach der ist da nicht. War einer g'nockt? Einer g'nockt. Der am Baum ist g'nockt. Okay, ja. Der war low. Ich hab' den anderen gleich. Ich werd' heute immer nur von den anderen beschossen, Mann. Ganz ruhig bleiben, Hank. Ich hol' mir den anderen noch. Der Typ piekt halt. Ganz, ich hab' gleich einen guten Winkel auf den. Alles locker, Leute. Wo ist der andere? Der hat der fuck wohl noch. Du siehst ihn aus deinem Winkel nicht. Der piekt auf meiner Seite. Alle dead. Nice. Habe ich doch gesagt. Gebt mir ne ganz kurze Zeit. Warte, warte, warte. Ruinen. Eure Schäme zu den Ruinen. Ich muss erst mal looten. Ich brauch' Mets, Leute. Ja, die brauch' ich auch. Ich hab' drei Fenkeler. Das war jetzt wirklich absolut nervig, was da passiert ist. Rechts oben auch noch zwei. Ja, geht's halt auch noch auf, ey. Rechts oben einer genockt. Naja. Ich push' gerade auf zwei Gegner grad zu. Aber ich werd' auch noch beschossen von den Ruinen. Wieder mal. Und von links, er von rechts. Ja, von rechts auch noch. Rechts oben ist einer genockt. Hat'n Headshot Dreierhelm. Genockt. Am Baum? Ja, am Baum ist genockt. Okay, das sind zwei genockt rechts jetzt. Komora, am ersten für den Follow Mois. Das machen sie ja ein. Rechts wieder einer genockt. Alle dead rechts. Nice. Ich brauch' ich muss die looten, Leute. Ich muss die looten. Ich komm' den schon mal oben. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. UMP am Haus. Am Haus und noch eine UMP hier oben, Leute. Ja, ja, hab's grad gesehen, hab's grad gesehen. Ich hab's grad gesehen. Ich hab's grad gesehen. Ich hab's grad gesehen. Einer genockt, links. Links, einer genockt. Ich bin ja wieder nicht in der Zone genau, Mann. Ah, ja. Links zwei genockt. Da ist einer. Hinter dem kleinen Häusel. Genau, hinter dem kleinen Häusel da. Ich blut schnell aus, falls einer irgendwas machen kann. Ist ja rechts am Haus. Ah, ich sag's jetzt nicht, glaube ich. Oder? Ah, wir werden beschossen. Sorry. Na, hast schon. Die Zone hat einfach zu viel Damage gemacht und ich hab keine Riegel mehr gehabt. Wo, 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 wo? Vor mir hier. Kommen. Der hat eine Arme, die würde ich mitnehmen. Mach das. Oh. Ja genau, ich hab wieder so Potato, Mann. Noch einer da im Baum. Oh, einer nur. Und oh, einer im Haus. Oh, einer ne trafen! Komm on! Oh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das denn? Im Haus sind die halt auch noch drin Seh ihn nicht, seh ihn einfach nicht Die aus dem Haus könnten mir echt mal Hilfe leisten Das ist die dumme SKS Nice 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 Nice, nur noch Darmstein Das macht er Oh Nice Ich hab zwölf Oh 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 Bis zum nächsten Mal.